So, da sind wir wieder. In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zur ersten Vorspieltagspressekonferenz im Jahr 2024. Ich glaube für ein frohes neues Jahr euch allen zu wünschen ist es mittlerweile schon ein bisschen zu spät. Unser Gegner ist der FC Hansa Rostock, der morgen um 13 Uhr im Max Morlock Stadion gastieren wird. Wir rechnen mit um und bei 30.000 Zuschauern. Ich begrüße selbstverständlich wie im alten Jahr auch im neuen Jahr unseren Cheftrainer Christian Fjell zu meiner Rechten und starte mal mit dem Personalupdate. Und zwar wird nicht nur heute und morgen beim Spiel, sondern auch in naher Zukunft Ali Luhn nicht mehr zum Kader des 1. FC Nürnberg gehören. Der wird verliehen nach Klagenfurt in die 1. Liga Österreichs und das Ganze dann auch ein bisschen längerfristiger. Ansonsten stehen uns morgen gegen Rostock vier Spieler nicht zur Verfügung. James Lawrence, Joe Hangbu, Florian Hübner und Jan Jamara. Das sind die vier das Quartett, das es bis morgen noch nicht geschafft hat. Und dann könnt ihr jetzt direkt mit euren Fragen beginnen. Und ich würde sagen, Martin Funk von der BILD, macht den Anfang. Ich würde vielleicht Hallo in die Runde erstmal mit Ali Luhn auch anfangen mit der aktuellen Personalie. Was hat bei ihm nicht gereicht? Man muss ja ehrlich sagen, wenn beim 1. FC Nürnberg die letzten Jahre Spieler verliehen wurden, dann war es sehr selten so, dass sie zurückgekommen sind und dann im zweiten Anlauf es geschafft haben. Also er wurde ja offenbar ja auch von Ihnen gewogen und zumindest für jetzt für zu leicht empfunden. Was fehlt ihm noch? Wenn man mir die Frage gestellt hätte, ob ich Ali Luhn abgebe, hätte ich auf jeden Fall Nein gesagt. Ich glaube, dass das jetzt der richtige Schritt ist für ihn, um Minuten zu bekommen bei einem, glaube ich, guten Verein, der, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, auch in einem guten Momentum ist. Und deshalb genau der richtige Schritt, man als junger Spieler aus der U23 dann hochzukommen. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen. Aber er hat eine super Entwicklung genommen und braucht einfach jetzt noch ein bisschen, um da dann reinzukommen. Er hat ja zum Ende der Hinrunde eigentlich fast gar nicht mehr gespielt gehabt. Was hat ihm da gefehlt? Ja, Konkurrenz auch auf der Position. Das ist halt auch so. Und ja, ich habe Flo Pflege, ich habe Scheiße und ich habe nur eine Position vor der Abwehr und deshalb war es schwer für ihn, Minuten zu bekommen. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ali ist auf einem super Weg und weil sie gesagt haben, ja, es ist kaum einer zurückgekommen. Ich glaube, dass er wieder zurückkommen wird. Dann machen wir weiter mit Fadi Kaplawi von NN.de. Fadi, bitteschön. Guten Tag, frohes neues Jahr. Du hast Johannes Geis gerade schon angesprochen. Er hat vor der Winterpause gegen den HSV relativ überraschend wieder in der Startelf gestanden. Ist das für die Rückrunde wieder häufiger eine Option? Ob es wieder häufiger ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, so wie es immer eine Option war. Ich meine, ich weiß, was ich von Geis bekomme. Ich habe es gerade deinem Kollegen schon gesagt. Es ist halt auch Konkurrenzkampf auf der Position. Und deshalb weiß ich, dass er immer eine Option ist. Martin, bitte. Der Klub hat zweimal jetzt schon gegen Hansa Rostock in der Saison gespielt. Nimmt man aus dem Pokalspiel mehr mit, weil es zu Hause war und auch ein sehr umkämpftes Spiel mit dem glücklichen Ausgleich in der Nachspielzeit? Oder ist das erste Spiel hilfreicher für die Vorbereitung jetzt? Ach, du nimmst aus jedem Spiel was mit. Ich meine, jetzt sind die Vorzeichen trotzdem andere. Die Spieler sind dieselben. Aber sie haben einen neuen Trainer, der eine andere Idee hat. Ich finde auch, wo man in den Testspielen schon gesehen hat, was für eine Idee das ist. Das natürlich noch nicht alles funktioniert, glaube ich, in der Kürze der Zeit ist normal. Aber ja, was die Spieler betrifft, auf jeden Fall. Guckst du dir noch mal ein paar Szenen an. Aber nochmal, Merzat hat eine andere Idee und es ist keine leichte Aufgabe morgen. Kannst du direkt weitermachen. Ist denn die Erwartungshaltung für einen Trainer, ganz allgemein gefragt, größer nach so einer Vorbereitung? Die Erwartungshaltung an die eigene Mannschaft jetzt da mehr umzusetzen, weil man eben jetzt knapp drei Wochen Zeit hatte, sich auf so ein Spiel vorzubereiten? Oder ist das eigentlich kein Unterschied zu einem normalen Spiel jeder Woche? Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Die Vorbereitung war jetzt nicht so lange und trotzdem war ich mit den Trainingseinheiten zufrieden, wie die Jungs investiert haben. Was sie da umgesetzt haben mit den Spielen, war ich aber nicht so zufrieden. Und deshalb ist die Erwartungshaltung, was die Spiele betrifft schon morgen so, dass ich mehr erwarte, wie wir es in den Spielen im Trainingslager gezeigt haben, weil das war einfach nicht gut. Das war zu wenig. Darüber haben wir auch gesprochen. Diese Dinge, die mir da nicht gefallen haben, haben wir auch diese Woche noch mal trainiert. Aber ja, morgen wird es wie immer um Mentalität, um Einstellung gehen, um das anzunehmen. Also wir wissen schon, dass da auch ein Gegner kommt, der jetzt nicht um die Top 4 spielt in der Tabelle, sondern auch weiß, was die Stunde geschlagen hat. Und die werden alles versuchen, um gut in diese Rückrunde zu kommen. Und wenn du da nicht bereit für bist, dann kann es eine böse Überraschung geben. Fadi, zurück zu dir. Es betonen immer alle die Ausgeglichenheit der Liga, aber ist Hansa Rostock eine Mannschaft, gegen die der 1. FC Nürnberg Heimspiele gewinnen muss? Nein, weil jedes Spiel bei 0-0 startet. Und ich würde gerne sagen, das und das und das müssen wir gewinnen im Fußball. Na ja, von außen muss man vielleicht viel, aber es ist immer, du musst deine PS auf die Straße bringen. Dann ist immer noch ein Gegner, der genau dasselbe versucht. Und deshalb davon müssen zu reden, wäre nicht richtig. Und nochmal eins wisst ihr jetzt auch über die Zeit, das wäre respektlos zu sagen, ja, wir müssen morgen drei Punkte holen und das wird es von mir nicht geben. Aber wir werden es versuchen, mit allem, was wir haben. Martin? Sie werden sehnsüchtig auf die Frage schon gewartet haben. Sie haben weitere Trainingseinheiten von Chris Martina in der Woche jetzt gesehen. Wer wird morgen im Tor stimmen? Ein Torhüter. Ich werde nicht einen Spieler ins Tor stellen. Ich habe lange überlegt, aber ich werde einen Torhüter bringen, weil ich wirklich vier gute Torhüter habe und einen davon stelle ich rein. Nachgefragt Chris Martina hat aber die Trainingseinheiten soweit überstanden. Es war jetzt nicht so, dass sie allein von seiner körperlichen Fitness her vielleicht schon eine Entscheidung treffen könnten. Er hat alle Einheiten komplett mitgemacht diese Woche, worüber ich mich sehr freue. Und er hat keine Probleme mehr. Oh, da ist die Hand schon wieder oben. Komm, Fadi, hau einen raus. Eineinhalb habe ich noch ungefähr. Du hast kürzlich mal gesagt, dass die Mannschaft noch zu viele Fehler, zu viele einfache Fehler macht, um positiv in das neue Jahr zu starten. Was hat dir in der Vorrunde gut gefallen an deiner Mannschaft und was glaubst du beziehungsweise erwartest du, wird noch besser in der Rückrunde? Ja, ich glaube, das muss besser werden, dass wir oft in der Vorbereitung gut sind und dann, wenn es spannend wird, Richtung letzten Drittel, der letzte Pass fehlt oder wir die falsche Entscheidung treffen. Ich glaube, darüber hatten wir schon oft gesprochen, dass wir im Aufbau zu oft noch auf den Ball gucken und nicht sehen, dass im Rücken des Gegenspielers Raum ist, den wir dann nutzen könnten und uns dadurch einfach ja auch einfacher machen könnten. Was mir gut gefallen hat, dass die Jungs von Tag 1 versucht haben, umzusetzen. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass sie ja diesen Fußball oder diese Art von Fußball mögen, dass sie versuchen, das auch auf den Platz zu bringen. Und sowohl das eine als auch das andere, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das, was wir gut gemacht haben, geht immer noch besser, vor allem auch, was Konstanz betrifft. Und ja, diese einfachen Fehler, nenne ich sie jetzt mal, da müssen wir besser werden einfach, weil es noch zu viele sind. Ich will mal kurz gucken, ob Fadi noch die halbe Frage hinten dran stellen will. Finde ich. Etwas weg vom Fußball, der Klub engagiert sich ja gegen Rechtsradikalismus. Jetzt ist am Samstag zeitgleich zu eurem Spiel in Nürnberg eine große Kundgebung gegen die AfD und unter anderen Nazis. Was würdest du denn empfehlen, wo sollen wir hingehen, ins Stadion oder zur Kundgebung? Fadi, Fadi, dass du immer noch glaubst, dass ich dir auf diese Frage eine Antwort gebe. Nochmal, ich bin Fußballtrainer und ich kümmere mich um meine Mannschaft und wenn wir jetzt noch anfangen, über Politik zu sprechen, ich glaube, das würde irgendwo enden, wo die meisten dann ausmachen. Deshalb lass uns bei diesem Thema, bei dem Thema Fußball bleiben, bei dem schönsten Sport für mich, den es gibt. Und was die Leute dann am Samstag machen, wo sie dann hingehen, das sollen sie dann schon selbst entscheiden. Martin. Sie haben betont, für 90 Minuten wird es bei anderen, sondern aufgrund der langen Wettkampfpause nicht reichen. Entscheidet jetzt quasi, ob es für 60 Minuten reicht, ob er in der Startelf steht oder welche Kriterien werden Sie da zugrunde legen, ob er starten darf oder nur ein Joker sein wird? Eindrücke aus dem Training, wie ich es immer mache, nach dem Abschlusstraining, mal runterfahren in meinem Kopf und Eindrücke der Woche sammeln. Meine Idee, was macht der Gegner? Wie könnte man ihm nochmal Probleme machen? Und dann werde ich entscheiden, was ich mache. Er wird auf jeden Fall im Kader sein. Und ob dann von Beginn oder nicht. Ich meine, im Fußball kann man nie sagen, okay, ich plane 60 Minuten mit ihm, weil, keine Ahnung, wenn ihm nach 17 Minuten einer auf den Fuß steigt und er Probleme mit seinem Zeh hat, dann reden wir über 17 Minuten. Deshalb, er hat alles mitgemacht. Ich glaube, er fühlt sich bereit. Das ist mal das Wichtigste. Und alles andere schauen wir dann morgen. Wie hat er denn die 45 Minuten verkraftet, die ersten 45 Minuten einen Sitze? Gut. Also, ja, wir haben danach nochmal kurz gesprochen und er meinte, körperlich war alles okay, dass das ein oder andere Mal die Abstimmung nicht gut war, wobei man ehrlich sagen muss, in dem Spiel war nicht viel mit Abstimmung, weil es nicht gut war von uns. Also, es war keine leichte Aufgabe für ihn, aber es hilft natürlich jede Einheit auch, seine neuen Mitspieler kennenzulernen, dass, wenn er morgen Minuten bekommt, dass nicht alles klappen wird. Das glaube ich auch nochmal. Aber ich bin froh, dass ich ihn dabei habe. Verleitet ihr dann eher, dass man die Abwehrspieler wieder dazu bringt, den Ball weit nach vorne zu schlagen, was sie in der Hinrunde nicht machen sollten, weil man weiß, der kann ihn auch mal verarbeiten? Oder wird der Trainer trotzdem sagen, ihr solltet ihn spielerisch aufbauen? Ich glaube, das ist ja immer der Situation geschuldet. Also, wenn ein Gegner dich nicht presst, warum solltest du den Ball nach vorne schießen? Wenn ein Gegner dich presst und du hast deinen Stürmer im 1 gegen 1 und du weißt, was seine Qualitäten sind, dann kannst du schon mal den Ball auch in die letzte Linie spielen. Da spricht, glaube ich, nichts dagegen. Also, ja, das Spiel entscheidet dann, was gebraucht wird. Martin, keine mehr. Fadi, auch keine mehr. Dann würde ich sagen, was im alten Jahr gut funktioniert hat, machen wir doch gleich im neuen Jahr mit weiter und kommen zu den Mitgliederfragen, lieber Fielo. Ja. Und zwar fangen wir mal an mit Mario aus Malaga. Der fragt nämlich, wie waren die Bedingungen und wie war es allgemein im Trainingslager in Marbella? Manche Spieler sagten, besser als in Belek. Wie hoch stehen die Chancen, dass ihr im nächsten Jahr mich hier wieder besuchen kommt? Gut. Ob es besser war wie in Belek, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Bedingungen top waren. Wirklich. Rasenplatz 1A. Also, alles, was wir gebraucht haben, um uns gut vorzubereiten, war da. Jetzt müssen wir es nur noch morgen auf den Platz bringen. Und ob wir ihn dann nächstes Jahr wieder besuchen, boah, das ist noch so lange hin. Aber ich hätte nichts dagegen. Gut. Dann kommen wir zu Paul. Der fragt dich nämlich, bis zu welchem Grad müssen die Jungs sich nach deinem System richten? Und zu welchem Grad passt du dein System an die zur Verfügung stehenden Spieler an? Na ja, als Trainer gibt es natürlich Vorgaben und das System bringt auch eine gewisse Positionierung mit. Und das ist mir wichtig, dass es eine Positionierung gibt, dass Räume besetzt werden, wo ich denke, da muss einer von uns sein. Letzten Endes ist es trotzdem so, dass, keine Ahnung, wenn für mich der Achter tief gehen soll, aber in dem Moment, der das Gefühl hat, ich muss jetzt mal entgegen gehen, um Hilfe zu sein, dann ist das natürlich auch die Entscheidung vom Spieler. Also es ist ein Mix, wo es darum geht, für mich Positionierung, diese Räume will ich haben. Und trotzdem ist ein Spieler, und das dürfen wir ihn auch nicht nehmen, der mal eine Situation erkennt, wo er sagt, da mache ich mal was ganz anderes. Und das hilft dir dann auch. Also von daher, sonst müssten wir ja, könnte man fast Roboter aufstellen und das wollen wir ja nicht. Die letzte Frage kommt von Vanessa aus Nürnberg hier. Und zwar fragt sie, am Spielfeldrand agierst du immer sehr aktiv. Würden Sie gerne manchmal selber einspringen und als Spielertrainer agieren? Boah, manchmal spielen würde ich schon gerne noch, aber es würde nicht mehr reichen, außer wenn man mir den Ball gibt und keiner attackiert mich. Und ich kann ihn mir richtig gut hinlegen und dann meinen linken Fuß nutzen, aber das wird heutzutage, würde das nicht mehr passieren. Und deshalb, ja, manchmal hätte ich schon Lust zu spielen, aber es würde nicht mehr gehen. Bleiben wir also bei Tennis und Paddeltennis und sagen in diesem Sinne euch allen einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Macht's Sinn, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.